Hallo meine Lieben, wir stehen heute vor der ersten von 400 limitierten Sondermodellen von Actros Edition 2. Wir, der Thomas und ich, werden euch jetzt ein paar von den Highlights dieses Fahrzeuges näher bringen. Ihr seht schon ganz oben prangt das Edition 2 Logo in einer Zierleiste, aber Thomas, sag doch du mal, was sind deine Lieblingsfeatures an dem Fahrzeug? Dann würde ich vorschlagen, wir werfen mal einen Blick von außen auf das Gesamtbild. Oben beginnend haben wir die spezielle Sonnenblende mit vier LED-Scheinwerfern in Mondsteingrau metallig lackiert. Inklusive dem Edition 2 Schriftzug. Des Weiteren sticht sofort ins Auge die spezielle Lackierung in Cerro-Sidgrau Magno, eine Mattlackierung und die Sonnenblende und die Vorbauklappe sind in Mondsteingrau metallig lackiert. Wichtig ist aber, das Fahrzeug ist jeder beliebigen Farbe verfügbar. Der Stern ist natürlich beleuchtet und ist mit einer abgedunkelten Fläche hinterlegt und um die Wertigkeit nochmal zu unterstreichen, haben die Scheinwerfer einen abgedunkelten Scheinwerferkrant. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Seite werfen, sticht sofort ins Auge die spezielle in Sternenoptik gestaltete Beklebung auf der Fahrerhausseitenwand und an der Seitenverkleidung. Des Weiteren haben wir auf der Vorderachse schwarze Radmutternabdeckungen sowie an der Hinterachse schwarze Achsabdeckungen. Wenn Aluminiumfelgen gewählt sind, sind diese Applikationen in Edelstahl ausgeführt. Dann, liebe Uli, würde ich sagen, werfen wir einen Blick auf die Fahrerhausrückseite. Auf der Fahrerhausrückwand prangt groß das Actros Logo in Dark Chrome. Der Rahmen ist komplett abgedeckt und hinten haben wir auch noch drei LED Arbeitsscheinwerfer. Gut, liebe Uli, dann würde ich vorschlagen, wir öffnen wir einen Blick ins Innere des Fahrzeuges. Ja, sehr gerne. Bevor wir das jedoch tun, muss ich noch mal auf ein weiteres Highlight hinweisen. Wir haben hier auch den lackierten Türgriff bei der Edition 2, ist auch ein weiteres Highlight. Ja, und wenn man die Tür aufmacht, sieht man schon das nächste, die Edelstahltrittplatten hier am Einstieg und das Edition 2 Logo auch hier nochmal beleuchtet, wenn man die Tür aufmacht. Und ein weiteres Highlight ist der abgesenkte Sitzkasten. Er ist jetzt um 40 Millimeter tiefer, dadurch hat der Fahrer noch mehr Sitzkomfort und die Position ist optimiert. Gut, dann steigen wir mal ein, oder? Ja, gerne. Dankeschön. Ich bin jetzt hier in der Wohlfühloase, der Actros Edition 2. Hier im Innenraum haben wir für die Fahrerinnen und Fahrer ganz viele Komfort- und Designschmankerl vorbereitet. Das ist einerseits der Fahrersitz, der ist klimatisiert, natürlich auch mit Sitzheizung und mit Massagefunktion. Und er ist geledert. Auch aus Leder ist das Lenkrad, sowie noch ein paar weitere Details, wie zum Beispiel der Griff an der Tür oder auch einige Details hier am Armaturenbrett. Wir haben hier auch noch Details in Carbon-Optik und auf der Beifahrerseite ein Edition 2 Logo in gebüstetem Alu. Dieses Fahrzeug verfügt außerdem über ein Solostar-Konzept, den speziellen Beifahrersitz, der auch hier in der Edition 2 geledert ist. Und wir haben noch Ambientebeleuchtung mit acht verschiedenen Lichtfarben und ganz speziell natürlich das große Bett. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Komfortbett hat 90 cm Breite und wird mit Bettzeug geliefert. Und für mehr Privatsphäre machen wir jetzt erstmal den Vorhang zu. Das Komfortbett hat 90 cm Breite und wird mit Bettzeug geliefert. Und für mehr Privatsphäre machen wir jetzt erstmal den Vorhang. Das Komfortbett hat 90 cm Breite und wird mit Bettzeug geliefert. Und für mehr Privatsphäre machen wir jetzt erstmal den Vorhang. heal現 España 4 2 uments Untertitelung des ZDF, 2020